. Kaufen Sie, kaufen Sie alles! Seifenlasen, Koschetiegel, Anzisachen, Spielzeuge, alles! Fächertassen, Schuhe, alles! Kaufen Sie, kaufen Sie! Kaufen Sie alles! Pass auf, ich muss dir noch ein Gesicht sehen. Zwei Hasen treffen sich, die hoppeln nach China. Da sagt der eine zum anderen, wir hätten lieber Stäbchen mitnehmen sollen. Wir paren sonst auch wegen unseren Löffeln. Der ist gut, der ist gut. Klara, was ist hier los? Das sind deine neuen Sachen? Was macht ihr hier? Was ist das hier, was soll das? Kaufen Sie doch, kaufen Sie, gucken Sie mal! Seifenlasen, ein wunderschöner Hut, alles! Die 38-jährige Paula ist nicht zum ersten Mal in letzter Zeit ratlos und hat deshalb Familienhelferin Rosella Blumenthal um Hilfe gebeten. Denn nicht nur ihr demenzkranker Vater ist im Moment eine Belastung für die Alleinerziehende, sondern auch Tochter Klara. Die Neunjährige versucht seit einiger Zeit mit allen Mitteln an Geld zu kommen und hat ihre Mama sogar schon beklaut. Wissen Sie, was mir gerade einfällt, wo ich den Hund hier sehe? Ich habe der Klara einen Hund verwehrt. Die hat mich vor ein paar Wochen gelöchert. Sie möchte unbedingt einen Hund, einen Hund, einen Hund. Und das gibt's nicht. Also ich meine, ich bin fast Vollzeit arbeiten, da können wir uns jetzt nicht noch einen Hund anschaffen. Also das ist eine Sache, die geht nicht. Und vielleicht will sie sich selber einkaufen. Was anderes fällt mir nicht ein, warum die da so an Geld anscheinend kommen möchte. Wo ist Klara denn jetzt? Ist sie oben in ihr Zimmer? Ja, genau. Okay, also ich würde gerne mal mit Klara sprechen. Gerne. Ist okay? Ja, gerne. Einfach die Treppe hoch. Ich räume in der Zeit noch ein bisschen hier auf. Ja, danke. Dankeschön. Der unerlaubte Hausflohmarkt ist nur eine von vielen Aktionen, die Klaras Mutter zu denken geben. Seit ihr demenzkranker Vater bei ihnen eingezogen ist, hat sich ihre Tochter stark verändert. Unklar ist, warum es die Neunjährige plötzlich so faustig hinter den Ohren hat. Zwei Hasen treffen sich, um nach China zu rumpeln. Dann sagt der eine zu dem anderen, wir hätten besser Stäbchen mitnehmen sollen. Ja, sonst fallen wir auf wegen unseren Löffeln. Der ist gut, ne? Ja. Darauf sollten wir mal einen Tee trinken. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist die von dir. Ja, weißt du, ich komme noch mal zurück auf die Nordsee. Das war sowas von unvergesslich schön, ja. Wir haben rumgetrollt, wir sind im Wasser gewesen, wir haben gebadet und Muscheln haben wir gesammelt. Nachher waren zu viele, konnte ich gar nicht alle mit nach Hause nehmen wie deine Mama. Also, aber es war einfach unglaublich schön, unvergesslich. Ja, das müsste man noch mal machen können. Wäre schön, ja. Ja, ah ja. Aber das war irgendwie gesagt, nein, nicht? Es sind aber so schöne Erinnerungen. Die bleiben immer hier drin, ja. Als ich nach oben gekommen bin, zu Klaras Zimmer, habe ich Klara mit ihrem Großvater dort sitzen sehen. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr schöne Situation. Der Opa hat seine Geschichte erzählt, eine Erinnerung von seiner Tochter am Strand. Das war schon sehr schön, Zeuge einer solchen Situation sein zu dürfen. Entschuldigen Sie, wenn wir Sie haben warten lassen. Wer sind Sie? Ich bin Rosella Blumenthal, Ihre Tochter. Klaras Mutter hat mich eingeladen, dass ich mal mit Klara spreche. Warum? Weil Klara in der letzten Zeit so viele verrückte Sachen macht. Verrückte Sachen? Machen wir verrückte Sachen? Es ist doch normal, wenn man einen Floh macht. Ach so. Rosella Blumenthal bittet den Großvater, kurz draußen zu warten. Denn um eine Vertrauensbasis zu schaffen, will die Familienhelferin mit Klara unter vier Augen sprechen und so herausfinden, wofür die Neunjährige auf einmal händeringend Geld braucht. Schau mal, ich habe hier den Hund mit nach oben gebracht. Ja. Weißt du, was das für eine Hundeart ist? Weißt du, woran er mich erinnert? An Bernadina. Kennst du Bernadina? Ja. Die retten Menschen im Schnee. Und magst du Hunde? Ja. Und hättest du denn auch gerne einen Hund? Ja. Ja. Aber du hattest ja mit deiner Mama schon darüber gesprochen, über einen Hund, ne? Und was hat die dazu gesagt? Ja. Nee, dafür brauchst du auch ganz viel Verantwortung. Aber du hast ja auch Schule und alles. Deshalb hast du auch nicht immer so viel Zeit. Und dann? Wie war das dann für dich? Traurig, denn ich wollte unbedingt einen Hund. Ich dachte dann immer, meine Mama macht das. Ist das denn immer noch so, dass du traurig bist und immer noch einen Hund möchtest? Nein? Nee. Hast du vielleicht dafür so Geld gesammelt oder wolltest du all deine Sachen? Mhm. 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 Aber für was anderes? Ja. Und was ist das? Möchte ich nicht sagen. Deine Mama... Das ist ein Geheimnis. Okay. Deine Mama hat mich ja angerufen, Clara, weil sie sich ja auch ein bisschen Sorgen macht, ne? Mhm. Schau mich mal an, weil du ja in der letzten Zeit auch bei der Mama auch aus dem Portemonnaie Geld geholt hast und so stibitzt hast. Also in der Regel, denk ich, weißt du, dass man das nicht wirklich macht, dass das nicht wirklich okay ist, oder? Wann war das denn? Ich hab eben mit deiner Mama drüber gesprochen, sie meinte, das hält jetzt ein paar Wochen an. Hä? Hä? Also ich weiß nichts. Da bin ich raus. Clara wollte ja nicht wirklich mit der Sprache rausrücken. Ich muss auch sagen, ich kann das auch verstehen, weil ich bin doch schon sehr gezielt darauf rumgeritten, warum ich hier bin. Und dass sie ja gestohlen hat und dass man nicht stiehlt und dass es schon darum geht herauszufinden, warum sie das tut. Interessanterweise hat sie das vergessen. Zumindest hat sie so getan. Bestimmt war das ein Gespenst. Das kann ja sein. Gespenster spuken immer in Häusern und in Schlössern. Clara. Ja? Du bist ja auch ganz schön verschmitzt jetzt, ne? Hey, was heißt das? Naja, ich kann dir das nicht wirklich glauben. Das stimmt, aber das war ein Gespenst. Ich hab nichts gemacht. Du hast es vergessen? Ja. Wie der Opa? Ja. Aha. Wir Menschen lernen ja grundsätzlich durch imitieren oder nachmachen von unserer Umwelt. Insofern war das jetzt nicht ungewöhnlich, dass Clara im Grunde das Verhalten ihres Opas nachspielt oder nachimittiert. Der Opa ist ja vergesslich, kann sich an bestimmte Dinge nicht erinnern. Und das war für Clara dann im Grunde genommen das Vorbild dafür, Dinge zu verdrängen, so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Wenn du es nicht sagen kannst, kannst du es dann vielleicht aufschreiben. Aber nur wenn sie versprechen, die sagen es nicht meiner Mama. Ganz großes Geschwänster-Irwenwort. Okay. Warum Clara wirklich zum Langfinger wurde, soll selbst die erfahrene Psychotherapeutin überwältigen. Das schriftliche Geständnis der neunjährigen Grundschülerin trifft Rosella Blumenthal nämlich mitten ins Herz. Na Clara, das ist der Grund? Ja. Als Clara mir das Heft gegeben hat, musste ich doch auch einen Moment lang schlucken, weil das war sehr berührend, was sich tatsächlich hinter dem Stehlen und Verkaufen von Clara verborgen hat. Du, ich fände es aber auch schon wichtig, dass wir das der Mama sagen, was der Grund ist. Ich habe versprochen, dass wir es nicht meiner Mutter sagen. Ja, das stimmt. Das habe ich versprochen. Aber schau mal, die Mama macht sich ja auch Sorgen. Sonst wäre ich ja nicht hier heute für euch. Wir müssen es ja nicht direkt sagen. Wir können ja auch zum Beispiel gemeinsam nach unten gehen und es darstellen oder spielen. Na gut, wir sagen es hier ja nicht. Na gut, das ist okay. Ich habe eine Muschel, die wird vielleicht helfen, damit sie es besser erhält. Das ist auch eine gute Idee. Wie der Erwarten hat Claras Versuch, ganz viel Geld zu sammeln, etwas mit der Demenzerkrankung ihres Großvaters zu tun. Die Neunjährige wollte für ihren geliebten Opa unvergesslich werden und hatte eine Idee, wie sie das schaffen könnte. Es geht um deine Geschichte, Opa, die du mir immer erzählst. Ach, sie wollte wahrscheinlich die von der Nordsee. Ich möchte genau so eine Erinnerung haben wie du bei Mama. Und da wollte ich auch, dass sie im Herzen bleibt, dass wir auch mal Muscheln sammeln gehen, dass die bei dir auch im Herzen bleiben. Ach, Mäuschen. Ach, Mäuschen. Hör mal, du bist bestimmt bei dem Opa immer im Herz. Immer. Ja, hast du denn geglaubt, der Opa vergisst dich? Aber Engelchen, komm mal her. Komm mal her. Nein, der Opa vergisst dich doch nicht. Nein, dazu hat er dich doch viel zu lieb. Ich denke, im Fall von Klaras Familie sollte man von einer Konsequenz bezüglich des Stehlens auch absehen, weil sich dahinter wirklich ein tiefes emotionales Bedürfnis auch verborgen hat, was die Familie auch betrifft. Nämlich mit ihrem Opa zur Nordsee zu fahren, damit sie ungeteilte und unvergessene Momente miteinander haben können. Aber das gilt nicht grundsätzlich. Kinder sollen schon lernen, dass man nicht einfach stiehlt. Und man sollte in Kommunikation und Kontakt mit ihnen bleiben, dass sie sich mitteilen können und dürfen. Was hältst du denn davon, wenn wir alle drei in den Urlaub fahren? Das ist gut. Das wäre schön. Das wäre schön, wir alle drei. Seit sich Klara ihrer Familie anvertraut hat, ist die Neunjährige wieder ganz die Alte. Und schon wenige Wochen später erreicht Sozialpädagogin Rosella Blumenthal eine ganz besondere Postkarte. Die dreiköpfige Familie hat ihren Urlaubstraum wahrgemacht und verbringt unvergessliche Tage an der Nordsee. 3 4 4 4 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020